Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wetter. Wir sind ja super in den ersten Mai gestartet mit einem traumhaften Wetter mit viel Sonnenschein, ab und zu mal ein paar Wolken, aber relativ angenehmen Temperaturen. In den nächsten Tagen bleibt uns diese Wetterlage auch erhalten. Die schönsten Tage sind der Mittwoch und der Donnerstag und da können es sogar bis zu 24 Grad werden, gerade im Südwesten auch, wird es richtig schön warm. Am Freitag kippt dann die ganze Wetterlage wieder, denn es kommen auch mehr Schauer und Gewitter auf uns zu und das ganze Wochenende wird dann auch wieder wechselhafter, hier und da mit kräftigen Schauern und Gewittern. Das war es auch schon vom Wetter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Tschüss und bis bald.